Willkommen zurück zu einer neuen Folge, in dem ich euch die dümmsten Sachen zeige, die man sich im Internet kaufen kann. Wie immer gilt, wenn ihr euch was davon kaufen würdet, schreibt es mal in die Kommentare, weil es hier tolle Sachen gibt. Und das erste kann ich auf jeden Fall verstehen, denn man kann Kuhurin kaufen. Okay, ich kann es doch nicht verstehen. Aber ich würde schnell zuschlagen, denn es gibt nur noch 9 Stück auf Lager. Wer sitzt zu Hause und denkt sich, Kuhurin, ein Millionengeschäft. Und dann sammelt er Pisse von Kühen und füllt ihnen Flaschen ab. Und verkauft die auf Amazon. Und so viele Menschen kaufen, die das noch 9 Stück gibt. Ja, bestellen 3. Ich meine, 100ml für 11$, günstiges Angebot. Warum auch immer, man kann eine Nazi-Playstation kaufen. Ja, für den Nazi, der nicht auf seine Playstation verzichten möchte. Warum darf man sowas überhaupt verkaufen? Und wer kommt auf die Idee? Ja, schnell weiter, bevor das Video gestrikt wird. Ja, hier haben wir mal ein Sachbuch. Krebsheilen mit Karotten. Denn, wie jeder weiß, wenn man Krebs hat, isst man nur ein paar Karotten. Und dann ist der Krebs weg. Die ganzen blöden Wissenschaftler und Mediziner. Jahrhundertelang haben sie es falsch gemacht. Man muss doch einfach nur Möhren essen. Und ich meine, die kosten das auch nicht viel. 8,95 für das Buch plus ein paar Möhren. Schnäppchen. Okay, das ist der Nackenhaar-Helfer. Damit man seine Nackenhaare selber rasieren kann, schneit man sich dieses Stück Plastik um den Kopf. Und das ist echt praktisch, denn es kostet auch nur 10 Dollar. Auf dieser Website gibt es wieder knallharte Angebote. Also, wer da nicht zuschlägt. Ja, es gibt ein Hai-Band. Also, es soll ein Schützen vor Hai-Angriffen. Zwei Sachen an diesem Ding. Erstens, ich hatte noch nie die Befürchtung, von einem Hai angegriffen zu werden. Zweitens, es funktioniert überhaupt nicht. Aber sonst ist es perfekt. Es gibt sogar ein Video, wie ein Hai das Ding frisst. Scheint ja gut zu funktionieren. Ich meine, da sind die 65 Dollar doch voll gut angelegt. Oder man nimmt einfach 65 Dollar und wirft sie auf den Hai. Das hilft wahrscheinlich mehr. Ich meine, das ist viel in Kleingeld. Und Kleingeld tut bestimmt weh. Ist dein Hund manchmal leckere Würste? Muss aber auf Ketchup verzichten? Jetzt nicht. Denn es gibt Pet-Shop. Der Ketchup für Hunde. What? Aha, mit der Sorte Barbecue wegen Bar-Spellen auf... Oh, schlechte Wortspiele. Boah, endlich tut sich mal einer dem Problem an, ey. Pff, mein Hund jedes Mal so... Bruder, wo ist der Ketchup zu der Wurst? Ich so, Alter, gib keinen. Aber den, den muss ich mir jetzt holen. Ja, es gibt so eine Hotdog-Maschine, wo man Würste und Brot warm machen kann. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt cool oder scheiße finde. Also man packt die Dinger da rein. Und irgendwann, wenn man Lust auf Hotdogs hat, dann kann man sie rausnehmen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Schreibt mal in die Kommentare, ob sowas cool ist oder doof. Weil frisch sind die Dinger ja nicht. Wobei, die Dinger sind irgendwie nie frisch. Ja, ihr wollt Kaffee trinken, habt aber keine Lust auf Trinken. Jetzt könnt ihr Kaffee essen. Nämlich in Form eines Kaffeeriekels. Ja. Ja, Trinken ist eine ganz schlimme Sache. Da hat man sowieso nie Bock drauf. Immer dieses lästige Trinken. Essen. Das ist das Wahre. Alle, die Trinken sind scheiße. Nur die wahren Esser sind die Herrscher der Welt. Und ich meine 36 Dollar für essbaren Kaffee? Schnäppchen. Wuhu. Okay, das ist gar nicht unnütz. Wenn man zwei Ninja-Schwerter hat, dann braucht man diese Tragevorrichtung. Ich meine, wie soll man die sonst transportieren? Das ist ein Problem und dafür gibt es eine Lösung. Gut, jetzt brauche ich nur noch zwei Schwerter. Aber ganz ehrlich, jeder gute YouTuber braucht ein Schwert. Oder zwei. Von daher, meine Bestellung ist raus. Warum gibt es immer etwas mit Donald Trump? Das Donald Trump Ausmalbuch. Und er sieht aus wie Superman. Oh, er spielt mit Kim Jong-Un Schiffe versenken. Das sieht auch so scheiße aus, dass er schon wieder cool ist. Ich frage mich, ob der das selber angelassen hat. Ein Malbuch von mir. Das braucht die Welt. Und dann gibt's das. Das ist auch überhaupt nicht scheiße. Eine gehegelte Helmmütze mit Bart. Dann hätte ich das erste Mal in meinem Leben die Möglichkeit, einen Bart zu tragen. Und einen Helm. Ich meine, hallo? Das wäre 42 Dollar wert. Puh, da müsste ich ganz schön viele Videos machen, um die wieder rauszubekommen. Warum diese Sachen auch immer auf dieser Website sind, hallo? Die sind voll cool. Okay, von allen Sachen, die ich auf dieser Website gesehen habe, ist das das Nötigste. Weil wenn ihr mal wieder Pizza essen wollt, aber keine Hand frei habt, aber Pizza haben wollt, dann packt sie einfach in euren Pizza-Halter. Ich meine, hier kann man sich einfach umhängen und wenn man die Hand frei hat, kann man seine Pizza essen. Keine Party mehr ohne meinen Pizza-Halter. Mein Gott, Menschen verkennen immer das Genie in manchen, ne? So etwas braucht die Welt. Das ist doch voll praktisch. Ja, leider ist das Video jetzt vorbei und ich muss mir leider fünf Stück bestellen für mich und alle meine Freunde. Weil ich scheinbar nur fünf Freunde hab. Wenn's euch aber gefallen hat, lasst noch positive Bewertungen da und vergesst nicht, da unten zu abonnieren. Also, schreibt in die Kommentare, was ihr euch davon kaufen würdet. Haut rein, bis morgen beim neuen Video. Tschüss!